Ganz herzlich willkommen zu dieser Weihnachtspredigt. Wir dürfen heute Weihnachten feiern. Jedes Jahr wieder ein neues Highlight, selbstverständlich begleitet mit großen Dingen rundherum. Ja, man freut sich ja immer lange schon darauf. Jesus ist geboren worden von Maria. Und wenn wir uns da zurück mal versetzen, was hat die Maria wohl gedacht? Wusste sie wohl, was für ein Kind das ist, das sie da auf die Welt stellt? Wusste Maria, dass Jesus viele Menschen heilen wird? Wusste Maria, dass Jesus der Retter der ganzen Welt ist? Wusste wohl Maria, dass ihr Sohn qualvoll leiden und sterben muss, dann aber auch am dritten Tag auferstehen wird? Nun, wahrscheinlich war ihr das so nicht bewusst. Aber was Maria wohl kannte, war die Verheißungen aus dem Alten Testament. Das heißt, aus dem Teil der Bibel, der geschrieben wurde, bevor Jesus kam. Da gab es große Verheißungen auf das Kommen von Jesus hin, eben auf Weihnachten hin. Auch der Prophet Jesaja, der etwa 86 vor Christus sein Buch rausgegeben hat, hat große Verheißungen auf Weihnachten hingegeben. Und das möchte ich mit euch ein bisschen ansehen. Also, das ist Jesaja, das ist der Prophet, der um 680 vor Christus gewirkt hat. Und jetzt heißt es dort in Jesaja 8, ab Vers 23, Nun, das ist jetzt also diese Verheißung, die etwa 680 vor Christus gegeben wurde. Und was beinhaltet das nun? Der Prophet sagt, da gibt es ein Gebiet von Sebulon und Naphtali, das in der Dunkelheit lebt. Wir haben da das Palästina mit dem Toten Meer. J ist Jerusalem, die Hauptstadt. B ist Bethlehem, der Geburtsort von Jesus. Und jetzt da im Norden, im sogenannten Galiläa, im Nordreich vom damaligen Israel, ist das Gebiet von Sebulon und Naphtali. Und jetzt wird da gesagt, dass das ein Ort ist, wo die Menschen in der Dunkelheit wohnen. Und selbstverständlich nicht im buchstäblichen Sinne, dass da immer Sonnenfinsternis ist, sondern eine geistliche Dunkelheit. Was ist nämlich geschehen? Das war das Gebiet, das als erste von den Invasoren der asyrischen Armee betroffen wurde. Es war das Jahr 722 vor Christus, wo das ganze Nordreich Israel dann in die asyrische Gefangenschaft genommen wurde. Das war aber nicht alles in einem Jahr, sondern das dehnte sich aus. 607 vor Christus haben diese Invasionen begonnen. Und Sebulon und Naphtali, das war das Gebiet im Norden, das als erste von dieser Invasion eben berührt worden ist. Und jetzt sagt da der Prophet aber im 823, es bleibt eben nicht bei dieser Dunkelheit, sondern jetzt kommt etwas. Also das Gebiet wird zu Ehren kommen. Es bleibt nicht so. Kapitel 9, Vers 1 fährt der Prophet weiter. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Was für eine Verheißung. Die, die so unterdrückt waren, die werden etwas erleben. Sie werden da nämlich das Licht sehen. Ich mache dieses Licht, das da verheißen wird mal als eine Sonne, die da beginnt zu scheinen. Der Prophet sagt, es bleibt nicht so, wie es gewesen ist. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, ja wie setzt sich denn das um? Und man kann es leicht erraten. Wir haben da Weihnachten. Und das ist eben die Weihnachtsgeschichte. Durch Jesus ist da dieses Licht gekommen. Nun, wie kommen wir darauf? Es ist nämlich so, dass dieser Text, den der Prophet Jesaja 680 vorausgesagt hat, kommt im Neuen Testament wieder. Also in dem Teil der Bibel, der geschrieben wurde, nachdem Jesus gekommen war. Wir lesen nämlich in Matthäus 4, Vers 13, Jesus verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und jetzt kommt eben dieses Zitat aus dem Alten Testament, genau dieser Vers, den wir da gelesen haben. Also, was ist geschehen? Jesus ist in Bethlehem geboren worden, seine Eltern wohnten aber in Nazareth. Jesus ist also in Nazareth aufgewachsen und als er dann mit seinem eigentlichen Dienst, mit gut 30 Jahren zu wirken begonnen hat, ist er umgezogen nach Kapernaum, das da am See Genezareth liegt. Und das bedeutet nun, dass gerade das Gebiet, das als erstes von den Invasoren angegriffen wurde, auch das erste Gebiet war, das das Licht eben gesehen hat. Jesus hat als erstes hier im Nordreich, im sogenannten galiläischen Gebiet, dort hat Jesus gewirkt. Und das hat der Prophet nun vorausgesagt. Es kommt die Armee vom Norden, 722, aber gerade dieses Gebiet ist dann das Gebiet, das als erstes das Licht von Jesus dann eben sehen wird. Das heisst, die Dunkelheit, die da eben war geistlich, das wird ein Ende haben. Es war bereits der Priester Zacharias, der in Lukas 1, also unmittelbar vor der ganz bekannten Weihnachtsgeschichte von Lukas 2, In Lukas 1, dort am Schluss hat der Priester Zacharias gesagt, oder schon davon gesprochen, vom aufgehenden Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Das war also dem Priester Zacharias, der der Vater von Johannes der Täufer war, das war dem schon bewusst, was Jesaja da vorausgesagt hat, dass dieses Gebiet eben jetzt dann mit Licht überschüttet wird. Also eine ganz grandiose Verheißung, das Licht kommt jetzt, Jesaja hat es da etwas prophezeit und das erfüllt sich jetzt da in Jesus. Eine ganz große Verheißung, ein großer Spannungsbogen, der da kommt, der Prophet, der etwas voraussagt und tatsächlich, es tritt so ein. Und wie baut sich jetzt dieses Reich auf? Es ist eben ein Reich des Friedens, des Lichts, der Freude, echtes Leben, statt eben Angst und Tod und Finsternis. Wow, durch Jesus kommt etwas ganz Neues. Der Prophet fährt dann weiter in Jesaja 9, 2, Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Aha, also das ist mal eine Verheißung, nämlich, dass das Volk sich vermehrt. Und die Anzahl der Menschen, die an Gott glauben, wird sich also sprunghaft vermehren. Und das Besondere ist jetzt daran, dass diese Verheißung, dass das Volk sich vermehren wird, eine Verheißung ist, die eigentlich schon 2000 vor Christus dem Abraham verheißen worden ist. Der hat nämlich die Verheißung erhalten, dass seine Nachkommenschaft dermassen gross sein wird, wie die Sandkörner am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und damit wurde Jesaja etwas, dem Abraham etwas vorausgesagt, was sich eben auch in Jesus erfüllt. Der Abraham hat nämlich schon gemerkt, das kann sich ja gar nicht irdisch erfüllen, rein so von der blutemässigen Nachkommenschaft her. Und jetzt besteht das Folgende darin, das Besondere, dass der leibliche Nachkomme von Abraham ist Jesus. Und jetzt heißt es in Galater 3, dass sämtliche Menschen, die an Jesus glauben, selber Kinder von Abraham werden. Das heißt, diese Verheißung, die der Prophet Jesaja aufnimmt, dass die Anzahl Menschen, die an Gott glauben, sprunghaft sich erhöhen wird, ist eine Verheißung, die hatte auch schon Abraham. Und jetzt geschieht das durch Jesus. Alle Menschen, die an Jesus glauben, gehören, jetzt zu dieser Familie Gottes. Die Anzahl wird sich tatsächlich sprunghaft erhöhen. Absolut gefaltig, was da geschieht. Viele Menschen kommen dazu, glauben an Gott, sie erleben diese Freude, diese Freiheit, diese Hoffnung, diese neue Dimension, die jetzt da kommt. Nun, gehen wir zu Vers 3. Denn Gott zerbricht das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Ja, da kommt eben das, was da geschehen ist. 722, das Nordreich Israels, wurde ja eingenommen durch die Assyrer. Und von jenem Zeitpunkt an, 722 vor Christus, war das Volk nie mehr frei. Und das Südreich, Judah, das ist in dem Jahre 586 in die babylonische Gefangenschaft gekommen. Nach den Babylonen kamen dann die Perser, dann die Griechen, dann die Römer. Das heißt, bis zum Zeitpunkt, als Jesus kam, war das Volk nie mehr frei. Und jetzt kommt da aber der Prophet und sagt, es kommt ein neues Reich, es kommt eine Freiheit. Jetzt kann man sagen, ja, aber das stimmt doch etwas nicht. Diese Freiheit ist doch noch gar nicht da. Doch, die ist sehr wohl da. Nämlich so, heute leben wir da. Das sind jetzt wir. Und wir heute können von dem profitieren, was Jesus an Weihnachten gemacht hat. Wie nämlich? Jesus baut jetzt ein Friedensreich, aber dieses Friedensreich ist eben nicht einfach ein Reich, das sich rein äußerlich erfüllt, also dass man jetzt Freiheit von den Römern hat, wie das zu der Zeit war, sondern das Friedensreich, das Jesus aufbaut, ist eben ein Friedensreich im Herzen drinnen. Das heißt, das sieht man von außen her nicht so direkt. Es ist ein Friedensreich, das vom Zeitpunkt von Weihnachten an aufgebaut wird und wir heute Teil von diesem Reich sein können. Es ist ein Reich, das sich jetzt ausdehnt, ein Friedensreich und jetzt gibt es so die Aspekte, die dieses Reich beinhaltet. Also wir haben nicht nur die Vermehrung des Reiches, wie es vorausgesagt wird, sondern wir haben auch die Erlösung. Erlösung, nämlich von unseren Sünden. Eine Sünde ist das, wenn wir das, was Gott gesagt hat in der Bibel, nämlich seine Gebote, wenn wir das übertreten. Wir Menschen tun Dinge, die gegen Gottes Gebote sind. Der Mensch ist deswegen, weil er gesündigt hat, eigentlich des Todes schuldig. Jetzt ist aber Jesus gekommen und hat die Schuld der Menschen auf sich genommen. Er, der selber ja gar nie gesündigt hat, er ist stellvertretend gestorben, so dass wir jetzt Erlösung von unseren Sünden haben dürfen. Und die Folge davon ist, dass Friede in unserem Herzen entsteht. Denn der Friede, das ist die Folge, dass wir erlöst sind. Wir sind mit Gott im Reinen. Er hat uns erlöst, sodass wir mit Gott wieder kommunizieren können. Friede mit Gott ist entstanden. Und dadurch ist natürlich nicht nur die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, sondern auch untereinander. All die Menschen, die Frieden mit Gott haben, lernen so auch untereinander Frieden zu haben. Und so baut sich dieses Friedensreich auf. Aber noch mehr. Dadurch, dass wir jetzt an Gott glauben, geschieht eine Veränderung in unserem Leben. Denn Gott lässt uns nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir werden umgestaltet, immer mehr so, dass wir so sind wie Jesus. All das, was geschehen ist, an dem arbeitet Gott. Und er macht uns charakterlich stabil. Wir dürfen mit Gott Gemeinschaft haben. Weil er ja Gemeinschaft die Sünden vergeben hat. Gott ist ein heiliger Gott. Er kann an sich mit sündigen Menschen nicht zusammen sein. Aber weil Gott uns durch Jesus die Sünden vergibt, haben wir nun Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft erstreckt sich dann eben nicht nur ich persönlich alleine mit Gott, sondern diese Gemeinschaft dehnt sich dann aus zu all den Menschen, die an Jesus glauben. Das Volk wird sich ja vermehren. Viele Menschen kommen da dazu. Und jetzt baut Gott ein Reich mit Menschen, die an Jesus glauben. Und jetzt arbeitet Gott mit diesen Menschen. Diese erfahren nämlich eine Wiederherstellung. Die Sünde hat uns Schlaglöcher gemacht. Wir sind verletzt worden. Der Teufel versucht uns niederzudrücken. Der Mensch geht kaputt. Aber wenn wir jetzt an Jesus glauben, erfahren wir dadurch eine innere Erneuerung. Und jetzt baut Gott an unserem Wesen. Er stellt uns wieder her. Wir werden wieder starke Persönlichkeiten. Wir dürfen heranreifen. Auch das gehört mit zu diesem neuen Reich. Und das geht sogar so weit, dass zuweilen sogar Heilungen geschehen im körperlichen Bereich. Jesus hat all die Schmerzen und Krankheiten auf sich genommen. Auch alle Sünden hat er auf sich genommen. Das heisst zwar nicht, dass wir heute jetzt bereits deswegen einfach keine Sünde mehr hätten oder keine Krankheit, aber immer wieder greift Gott ein und nimmt es sogar schon weg. Und dann eines Tages in der Ewigkeit haben wir dann all diese körperlichen Probleme nicht mehr. Also auch das gründet in dem, was Jesus damals gemacht hat. Und darüber hinaus bekommen wir eine Ewigkeitsperspektive. Denn was auf dieser Erde läuft, ist nicht nur etwas, was für diese irdische Zeit begrenzt, irgendwie eine Gültigkeit hat und einen Gewinn bringt, sondern das ist etwas, was in die Ewigkeit hineingeht. Denn Jesus sitzt auf dem Thron in Ewigkeit. Und darum, das sind alles so Komponenten, die wir durch Weihnachten erhalten können. Absolut grandios. Es ist ein Reich, das ganz andere Gesetzmäßigkeiten hat. Da ist eben diese Hoffnung, diese Freude, dieser Friede, eben dieses Licht. Es ist ein viel größerer Friede, der entsteht, weil es eben im Herzen ist, als nur ein politischer Friede, der irgendwie äußerlich für ein paar Jahre hinhalten sollte. Es ist eben ein Friede, der entsteht, weil wir versöhnt sind. Ja, wie kommt das Ganze zustande? Der Prophet zeigt es uns noch näher. Jesaja 9, Vers 5. Denn, jetzt kommt die Erklärung, warum das alles ist. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Also, was ist geschehen? Dadurch, dass Jesus gekommen ist, können wir nun Weihnachten feiern. Ein Sohn ist uns gegeben. Und das ist eben Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist. Das wurde prophetisch vorausgesagt. Jesaja hat es gesagt. Abraham hat es gesagt. Da kommt dieser Messias. Er ist ein Sohn, der von der Jungfrau Maria geboren wurde. Jesus ist nicht ein normaler Mensch, der einfach gezeugt wurde. Jesus konnte, weil er vom Heiligen Geist gezeugt wurde, sündlos leben. Nur so war er in der Lage, auch die Sünde der Menschheit auf sich zu nehmen und stellvertretend dafür zu sterben. Gott baut jetzt durch Jesus ein übernatürliches Reich. Und in diesem Reich ist Jesus der König. Das sieht man gegen außen nicht, weil es eben nicht politische Grenzen hat. Aber Jesus ist dieser König. Er wird hier in diesem Text bei Jesaja sogar als ewigen Gott beschrieben. Jesus selbst ist Gott. Er ist vom Vater gesandt worden auf die Erde, hat einige Jahre da gelebt und ist dann wieder zurück in den Himmel gegangen. Ja, Jesus, durch ihn wurde ja die ganze Welt gemacht. Jeder Mensch heute ist ein Geschöpf von Gott. Er herrscht. Es gibt nichts Höheres als Jesus selbst. Und auch wenn das Herrschen noch nicht sichtbar ist, auch damals an Weihnachten hat man das nicht gesehen. Denn die menschliche Hülle von Jesus, die war arm. Jesus ist ja in menschlicher Gestalt erschienen. Und Maria und Josef, das waren arme Eltern. Er war in einem Körper, der vergänglich war. Jesus war verachtet zur damaligen Zeit. Das hat man nicht gesehen, dass der, der jetzt da in der Krippe liegt, dass das eigentlich der König ist. Und so hatten viele Menschen Jesus abgelehnt. Ja, bis heute lehnen Menschen Jesus ab, obwohl er doch nie jemandem je etwas zu Leide getan hat. Aber man ärgert sich an ihm, weil man dieses Reich, diese Dimension, die er bringt, nicht haben möchte. Es passt einem für den Glauben nicht. Aber, wenn man eben an Jesus glaubt, dann kann man dieses Reich eben erleben. Es ist ein Reich, das erfahrbar ist. Denn in dem Moment, wo wir Jesus aufnehmen in unser Leben, erleben wir dann Gott eben effektiv. Jesus ist eben wieder aufgefahren in den Himmel. Darum ist er eben nicht in dieser vergänglichen Erde angeheftet, sondern er lebt über dem. Er lebt in die Ewigkeit hinein. Und so ist ja auch sein Name. Jesaja sagt, er ist der Friedefürst. Dieses kleine Kind ist eben der König. Der König, der jetzt ein Friedensreich baut in den Herzen. Ein Reich, das eben über alles hinweg besteht. Das ist nicht an politische Grenzen gekoppelt. In Jesaja 9,6 heißt es dann weiter, seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten, durch Recht und Gerechtigkeit. Ah, da haben wir es. Also, das Reich, das Gott baut durch Jesus, das ist eben ein Reich, das läuft in alle Ewigkeit. Das hat kein Ende. Das geht weiter und weiter. Wir können jetzt Teil in diesem Reich sein und das heißt dann auch für uns, dass wir selber in Ewigkeit mit Gott dann zusammen sein können. Jetzt kommt eine weitere Beschreibung, dass Jesus auf dem Thron Davids sitzt, auf diesem Reich, das kein Ende hat. David war ein König, etwa 1000 vor Christus. Und er hatte in 2. Samuel 7 die Verheißung erhalten, dass in Ewigkeit jemand auf seinem Thron sitzen wird. Ja, Jesus ist ein direkter Nachkomme von David. Und jetzt, dass rein äußerlich geht das ja gar nicht, die Herrschaften, die haben ja alle irgendwo mal ein Ende. Aber Jesus ist der direkte Nachkomme von Abraham und Jesus sitzt tatsächlich in Ewigkeit auf dem Thron, weil es eben nicht ein irdisches, äußeres Reich ist, das da gebaut wird, sondern eben ein geistliches Reich. Und das bedeutet, dass das, was da David vorausgesagt bekam, sich ebenfalls in Christus erfüllt. Das ganze Alte Testament prophezeit Jesus, alles im Alten Testament zielt letztlich auf Jesus hin. Jetzt heißt es da, dass Gott in Jesus regiert durch Recht und Gerechtigkeit. Oder das Recht hat Gott durch Mose gegeben, etwa 1500 vor Christus, da hat Gott zum Beispiel die 10 Gebote gegeben. Die sollen wir halten. Ja, der Mensch denkt noch schnell einmal, ja, das habe ich ja gehalten. Ich habe noch niemanden umgebracht oder irgendwie so, aber Jesus erklärt uns in der Bergpredigt, dass die Gedanken zählen. Haben wir nicht alle schon mal einen bösen Gedanken gegen einen Menschen gehabt? Haben wir nicht alle schon etwas begehrt, was einem anderen gehört? Und damit zeigt uns eben das Gesetz des Mose, dass wir alle Sünder sind. Wir alle haben schon gefehlt. Wir alle haben nicht den Maßstab Gottes erfüllt, den er eigentlich gesetzt hat. Eigentlich wäre das zum Verzweifeln. Aber jetzt zeigt es uns eben, das Gesetz weist uns auf Jesus hin. Das Gesetz zeigt uns, wir können es nicht halten, wir brauchen eben die Vergebung von Jesus. Und das ist eben dann die gute Botschaft, die schon im Alten Testament entwickelt wird. Wir können zu Jesus kommen, wir können Vergebung von all unserer Schuld erleben. Und das ist dann eben die andere Seite, wie dieses Reich gebaut wird, nämlich die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit nicht im Sinne von Fairplay, sondern Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft von Gott selber. Es bedeutet schuldlos, Schuldlosigkeit. In dem Moment, wo ein Mensch seine Schuld Jesus bekennt, vergibt Jesus und jetzt rechnet Gott die Schuldlosigkeit von Jesus diesem Menschen an. Darum können wir vor Gott als schuldlos dastehen. Nicht, weil wir selber keine Sünde getan hätten, sondern weil die Gerechtigkeit, diese Schuldlosigkeit von Jesus uns angerechnet wird. Und das sind die Bauwerkzeuge, wie Gott in diesem neuen Reich wirkt. Das Gesetz auf der einen Seite, das uns zeigt, wir sind Sünder und dass wir Jesus brauchen, auf der anderen Seite diese Gerechtigkeit, die Gott den Menschen zuspricht. So wird man Teil von diesem neuen Reich und kann in Ewigkeit nun bei Gott sein. Bedingung ist dieser Glaube an Jesus. Und das ist nun Weihnachten. Weihnachten ist diese Einladung an Jesus zu glauben. Denn dieses Reich baut sich von Weihnachten an, von jetzt an bis in Ewigkeit. Und wenn wir jetzt sterben, dann dürfen wir wissen, dieses Reich dauert in Ewigkeit. Wir dürfen immer bei Gott sein. Wir dürfen Gewissheit unseres Heils haben. Wir wissen, wohin wir kommen. Wir dürfen in Ewigkeit mit Gott zusammen sein. Nun, was ist jetzt Jesus für uns? Denn das ist die Message von Weihnachten. Was heißt das für uns? Wir haben in Matthäus 2 die Geschichte, dort geht eigentlich die Weihnachtsgeschichte weiter. Da kamen nämlich Weise aus dem Morgenland, die hatten Jesus gesucht, weil sie ihn anbeten wollten. Und sie kommen als erstes natürlich nach Jerusalem, weil sie dachten, die Priester wissen ja, wo der Messias geboren wird. Die haben gefragt, wo ist der Messias geboren? Denn in Micha 5 1 wird das dort ebenso vorausgesagt, dass der Messias ein Bethlehem geboren wird. Und die gehen dorthin, sie finden Jesus, sie fallen nieder, sie beten Jesus an. Für sie, für diese Weisen, war Jesus tatsächlich der König aller Könige und Herr aller Herren. Und so stellt sich für uns heute, für uns auch die Frage, wer ist Jesus für uns? Was bedeutet Weihnachten für uns heute? Oder ist Weihnachten für uns einfach das Familienfest, das Fest der Liebe, wie man dem so quasi sagt? Oder ist Jesus für uns mehr? Ist Weihnachten mehr? Ist Weihnachten einfach eine Tradition, in der man nun mal steht? Ist es so, dass wir Jesus auch so anbeten, wie die Weisen aus dem Morgenland oder verachten wir Jesus? Ist Jesus für uns der ewige König, der auf die Welt kam? Oder ist Weihnachten für uns nur der ganze Weihnachtsrummel? Hat Weihnachten für uns eine persönliche Botschaft? Denn das hat sie. Wir sind eingeladen, an diesen Jesus zu glauben. Der, der gekommen ist und Licht gebracht hat. Der, der gekommen ist und diese Fülle von Gott geschenkt hat für jeden an Jesus zu glauben. Wir sind eingeladen, Jesus zu folgen. Wir dürfen Jesus unser Leben hingeben, uns ihm unterordnen und ihm in einem einfachen Gebet sagen, Jesus, mit dir möchte ich gehen. Vergib du mir all das, was mich getrennt hat von dir. Danke, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dieses neue Leben in mein Herz auf. Und so wird dein Leben von innen her erneuert. Du wirst erfahren, was es bedeutet, Frieden mit Gott zu haben. Und so wirst du Teil von diesem Reich. Weihnachten ist nicht nur ein Traditionsfest, sondern Weihnachten hat eine ganz konkrete Botschaft für uns heute, für uns Menschen. Und du bist dazu eingeladen. Möge es dir Gott schenken, dass du das erfahren kannst. Sei reich gesegnet. Ich schenken,